Das war's für heute. Denn Zombies sind doof. Never dead. Aber, naja, also, wenn das jetzt bei jedem Mob eingefügt wird und nicht einfach nur die AI, bei jedem Mob Hopi passt dann, sondern ganz einfach für jeden Mob einzeln... Oh, tschüss. Stone Pickaxe, Leatherpants. Warum nehme ich eigentlich mit? Egal. Wenn es für jeden Mob einzeln gemacht wird, der auch so spezifische Moves hat, die halt ein Mob haben muss. Zum Beispiel die Spinne, die auch wirklich irgendwie versucht zu sneaken. Oder ein Creeper, der irgendwie um Hindernisse so rumläuft, dass du ihn nicht siehst. Diese Art von AI, die wünsche ich mir gerne bei Minecraft. Wo ist diese dämliche Leiter nochmal? Goddammit. Äh. Hier war ich schon. Bin ich blöd? Ja, ich bin blöd. Irgendwie, äh... Oh nein, das ist die, äh, Futsche. Ich find' aber auch gar nix hier. Hör auf, so Tots, so, so, so verschwenderlich zu platzieren. Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay, das, das, äh, das wird mir jetzt zu viel. Kann doch nicht sein, das hier... Kann doch nicht sein, ey. Okay, ich baue mich jetzt einfach hier runter. Long live the pickaxe. Irgendwie, äh... Äh... Ich versteh das nicht. Wenn ich mich hier durchbaue, komm ich nie zu irgendwas. Das ist sowas von komisch. Ah, da. Okay. Trach! Like a boss. Okay. So, jetzt erstmal alles erhellen. Ich hab' nicht keine Lust, ähm... Auf irgendwas zu stoßen, weil, äh, dieses... Dieser Shader macht alles, äh... Was dunkel ist, auch wirklich dunkel. Das heißt, ich kann da nicht reinsehen. Ich kann das Schüssel gleich mal demonstrieren, ähm... Critical! Critical! So, seht ihr es da hinten? Da hinten kann man die Ecke nicht mal erkennen. Zumindest, äh, ganz, ganz, ganz fies nicht. So, äh... The fuck is this? Okay. Strange. Oh! In die For Shitstorm. Kommt her! Hi Creeper. So. Just! Random Fans. Äh, Leafs mein' ich. Woo! Ja, besiegt euch. Ich geh schon mal zu dem hier. Aua. Wir rufen hier dieselbe Aus- äh... Richtung aus zu deutschen wie... Ja. Oh, die haben's schon besiegt. Die! Die, die, die. So, wo war die Chest? You are here. Hi. Wow. Wow. Fuck you, man. Fuck you. Leather, Leather, Holz. Wow. Ich bin, ich bin irgendwie sowas von gespannt, was es hier noch so... So gibt! Wow! Holy shit, die Motherfucker. Oh, äh, nicht, äh, nicht... Nein, nein, nein! Du dämlicher Doofkopf, jetzt... Warum jagen hier eigentlich alle, alle Chests in die Luft? Am Arsch. Oh, diesmal hat die Chests in die Luft überlebt. Oh, wenn ich mich, äh... Wenn ich mich nicht... Äh, Apfel, 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 Apfel! So. Ja, komm! Hier, scheißen. Danke. Sehr nett. So. Wo kommt jetzt noch irgendein Bogenschütze her? Da, natürlich. Danke. Ficken. Ah, ich hab ihn noch gesehen. Ich hab ihn noch gesehen. Wird schon wieder die dämliche Chests in die Luft gehalten. Ah, Moment. Fuck fast. Nein, 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 nein. Ähm, was wollte ich machen? Da. Oh, äh, das... Das ist zu groß. Na, egal. Dann bleib ich bei Normal. Ähm, ich bin nämlich an große Guis gewöhnt. Ich weiß auch nicht, wieso. Weil ich immer so'n scheiß PC hatte, musste ich das immer machen. Keine Ahnung. Don't know. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte einen Müllheim erbauen. Hier. So. Weg. Äh, weg. Weg. Books. Who the fuck needs books? Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Äh, Crafting Table brauche ich. Coal, wie viel Coal ich hab. Okay, ähm, bei Gelegenheit das hier fressen. Die Bowens brauche ich eventuell. Ähm, Wooden Planks brauche ich nicht. Stones brauche ich nicht. Rotten Fleisch brauche ich nicht. Was ist das denn? Arrows. Okay. So. Hi. How you doing? Ist das ein Goldhemmel? Ist das ein golder Helm? Ja, ist ein goldener Helm. Und ein, äh, und Stiefel. Fuck ladders. I don't need ladders. Damn. Oh! Hi Creeper. Boom. Boom. Double tap. Double tap. Oh! Okay, hi. Zack. So. Hi Service Ladder. Oh. Oh. Wir sind schon bei Etage 2. Okay, ähm. Oh. Ja, da ist was explodiert. Hab ich schon gemerkt. Hi Lava. So. Wollte ich jetzt einfach mal tun. So aus, äh, Protest. Zack. Are you fucking? Okay, okay. Das, das ist, äh, das ist einfach nur unfair. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ey, ganz ehrlich. Hätte ich jetzt keinen Waterbucket, hätte ich da reinspringen müssen. Ja, ficken. Ja, da. Mein Güte. Und passend dazu jetzt auch noch Oh, naja, Super Mario 64 Failed House, I guess Da kommt die Leiter nach oben Komisch, ah egal Wahrscheinlich war die Leiter, die da lag Eine von dem übernächsten Level Und die ist dann ganz durchgefallen Oh, hi Chest Habt ihr ja gar nicht da oben gesehen Fuck you Fuck you Das hat doch gerade Ah, you're fucking shitting me, ich kann die Chest nicht öffnen Okay, okay, du willst das so Na, hat sich ja toll gelohnt What the fuck Au Okay, da ist jetzt nur die Lava drin Ja, da ist Lava drin Da ist Lava drin Geh weg Danke Ah ja, ja, es sind zwei Zwei Öffnungen Ich hab keine Ahnung, was da drin ist Wahrscheinlich die Chest Let's see Let's see Nothing but Lava Wow Ich bin beeindruckt, wie viel ver-fuck- verkackten Lack ich hab Ähm, so Oh, hi der Zombie Gesammelt Okay, ähm Grüner Dämon Grüner Dämon Wo ist jetzt mal... Achso, ja, die ist da Derp, derp Also Dirt Nicht Derp Oh, ich hab dich gar nicht gesehen Was ist denn das? Cooked Porkchop Heeeeh